Jetzt hat man zu einem anderen Schei als von Phileman zu Thuleman. Also Leute, hier ist wieder der Sprech, Röntgen Thuleman. Hier ist mein bester Freund, Thulehund. Hast du ein Problem oder was? Also was? Ich brauche was zu tun, was geht oder geht nicht? Also wir warten. Ich habe ein Problem, naja, ich hätte von anderen Sprech. Röntgen Thuleman. Röntgen Thuleman. Röntgen Thuleman. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020